Hallo. Wie geht's, Zoe? Endlich sind sie da. Bezaubernd. Genial. Echt schlau. Ähm, manchmal. Und manchmal nicht. Fesselnd. Verrückt. Und manchmal auch ein bisschen eitel. Du hast meine Frisur zerstört. Ich muss mich hier fortschminken und einen Rock anziehen. Ach, du Kleine. Die neuen folgen Zoe 101. Das hört sich ziemlich gut an. Nur hier bei Nick. Zoe 101. Die neuen Folgen. Täglich um 17.45 Uhr. Nur bei Nick.